Also alle Menschen haben das Recht, sich frei zu versammeln. Sind die Reihen jetzt geschlossen? Banken-Demo. Es sieht so aus. Artikel 8. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder durch Grund eines Gesetzes beschränkt werden. Demonstrieren ist frei. Bestimmt es die Polizei? Nein, hier bestimmen die Demonstranten das. An dem Tag, wo die Banken in Frankfurt umzingelt wurden und der Reichstag in Berlin. Das war am 12.11.2011 bei Sonnenschein. Hier in der Nähe des Reichstages an der Demokratenwand. Ja. 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 Ja.